ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Du bist diejenige, die immer diese Darby gibt Hier, jetzt weiß ich, ich hab's gesehen, Mama Hör auf damit, er ist doch Crack-Junkie Er wird niemals so besser, du weißt doch Wie das hier abläuft, Wallah, mach nicht diese Ey, Mama, kannst du mir 7 Euro geben? Ich will so bisschen spazieren oder so mit meinen Freunden Du weißt doch, diese Tricks, Wallah, Bilder Halt die Fresse, ich kenn diese Tricks für deinen Gras-Zähner Sabaho, Cousins, wo seid ihr die ganze Zeit? Ich küss eure Augen, heute ist ein schöner Tag, heute ist die Sonne scheint Und wie geht's hier, du Crack-Baby, du? Guter Junge, sitzt du auf den Hocker, Wallah, Wallah, gut Wallah, gut, Wallah, gut Ja, ihnen geht's gut, ich hab ihn vor dem Frühstück gemacht, ein bisschen gegessen Dann machen wir ihm auch ein fettes Frühstück, heute ist mein Tag Kein D-Primier, Wallah, Tag, ich bin Beste Ey, aber es ist einer Crack-Baby, du, aber es ist einer Crack-Baby Woher kennst du dich damit aus? Seid ihr alle jetzt Junkie geworden? Mann, chill doch mal ganz kurz wieder Ich hab doch nichts gesagt, meine Schwester redet über Pies und Hajar aus Ägypten Lass mal diese Wallah Hol jetzt diesen Suchtberatungsmann, warte Salamu alaikum, wie geht's, Cousins? Ich bin der Suchtberatungslehrer Ich trage Smoking, wegen dieser Antäuschung, wegen mehr Geld nehmen von Seite, du weißt Aber wenn du Fragen hast, nimm ich einfach Fischgesicht Okay, Fischgesicht Erzähl mal dein Problem, wachjatak Mein Sohn ist sehr jung, aber er kifft wie ein Weltmeister für ganz Familie Oh, jetzt hab ich das Richtige für euch Achuschar Mutakofa, guck mal jetzt, abo knick Und hier, mieseste Pfanne aus Edelstahl Du gibst damit einen fetten Nacken von Seite, er kommt klar mit seinem Leben, wachjatak, was los? Willst du mal testen, mein Sohn? Oh, was ist denn das so schöne Pfanne aus Edelstahl? Hier, Salami, zeig mal dieses... Hast du gesehen, mieses Schlag? Gib das Oh, nee, den kann man nicht helfen, der ist wirklich durch Ich dachte, du machst Therapie mit ihm Nein, aber ich überleg mal was anderes, Wallah Er tut mir schon leid mit diesem Alter Diese Drogen, Wallah, schlimm Ist ja ein Kupferpfanne aus miesem Rosikold Diese wiegt sogar leichter, diese hat sogar Technik drauf Diese knallt in deinen Kopf auf einen Schlag, hier Salami Könnt ihr mal gucken Gebt euch von Seite, Wallah, billah Mh, gut diese Wallah, gut Komm mal kurz Anik, Pfanne, Anik, Abou Sehr gut, Material wirkt Also ich find das auch voll toll, sehr schöne Farbe Ey, Mama, komm nicht auf dumme Gedanken, wachiatak, du weißt Jackpot, was wollt ihr mehr? Die Pfanne wirkt 1 zu 1, wachiatak, ich hab euch gesagt, Kupfer, Rosikold, Wallah, knallt die Batterie, wachiatak Jalla Mini Hypno, von Seite, guck mal hier Ah, den Wurzel auf den Kopf nimmt, Ronto Okay, dieser Trick hat verkackt Hm, der ist schon ein bisschen schwierig, der kleine Bursche da, Wallah, hm Abo, Wallah, er hat meine Hypnosentechnik abgebrochen, hier Salami Ich hab noch nie diese gesehen, ha Ist das ne Junkie-Kraft? Abo, ich seh Kopferrohre, hier Salami Was ist das?